Wie immer dienstags nach der Fraktionssitzung der CDU-Landtagsfraktion im Düsseldorfer Landtag begrüßen wir heute Claudia Middendorf. Sie ist petitionspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion. Schönen guten Tag Frau Middendorf. Ja, guten Tag. Frau Middendorf, es ist bereits im Titel drin Petitionsausschuss. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, der Petitionsausschuss von Nordrhein-Westfalen ist für jeden Bürger und Bürgerin offen. Das heißt, wir nehmen Beschwerden, Probleme von den Bürgern entgegen und versuchen durch unser Petitionsreferat und natürlich durch die Abgeordneten, die dem Petitionsausschuss angehören, diese Probleme und Beschwerden aufzunehmen und zu gucken, welche Lösungen wir anbieten können. Das klingt so, als würden Sie mit sehr viel komplexen und sehr unterschiedlichen Themen tangiert werden. Ja, wir haben aktuelle Themen natürlich, wie im letzten Sommer, dass es um die Beamtenbesoldung ging, wo wir ja von CDU und FDP ein Klageverfahren auch angestrebt haben, wo viele Beamte uns angeschrieben haben vom Petitionsausschuss, die dort eine Beschwerde eingereicht haben. Des Weiteren gibt es so kleine Dinge, die Bürger betrifft, sei es Lärmschutz, sei es Straßenreinigung oder auch baugeschichtliche Sachen, wo sich die Bürgerinnen und Bürger an uns wenden. Sie können also jedem Bürger de facto helfen. Es gibt da ja auch die sogenannten 41a-Termine. Was ist das genau? Ja, die 41a-Termine sind in unserer nordrhein-westfälischen Verfassung festgelegt. Das heißt, wir als Abgeordnete haben die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Petitionsreferat vor Ort zu dem Bürger zu gehen. Natürlich Ministerien, Behörden, all die Beteiligten dazu einzuladen, um dann eine bestmöglichste Lösung zu finden. Jeder Bürger Nordrhein-Westfalens, dem etwas auf der Seele liegt, kann sich quasi an Sie wenden. Ja, das kann man auch nur immer auffordern, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an den Petitionsausschuss wenden können. Und wir gucken dann, was wir letztendlich mit dem Ministerium oder mit dem Petitionsreferat für den Einzelnen auch tun können. Vielleicht nennen Sie zum Schluss einfach nochmal die E-Mail-Adresse, wie man sich an Sie wenden kann. Ja, Sie können sich per E-Mail melden, aber auch schriftlich. Und die E-Mail-Adresse ist petitionsausschuss at landtag.nrw.de. Vielen Dank, Frau Bittendorf. Ja, ich danke auch. Vielen Dank, Frau Bittendorf.